Du erzählst mir, dass du traurig bist, das Leben dir keinen Sinn mehr gibt. Alles, was einmal für dich wichtig war, du es heute nicht mehr erlebst. Du fragst dich, was bei mir so anders läuft und warum ich mein Leben so beschick. Ob ich wohl irgendwelche Drogen nehm oder gibt es einen Trick? Es sind die Bilder meiner Seele, es sind die Lieder, die ich schreib. Oder die Träume meines Lebens, für die ich gern am Leben bleib. Weil ich die Hoffnung in dir ertrage, hab ich im Leben oft gewonnen. Worauf ich keinen Einfluss habe, es ist die Zeit. Die Zeit läuft uns davon, die Zeit läuft mir davon. Wir bewegen uns jeden Tag etwas näher zu unserem Grab. Wenn du mich nach dem Sinn des Lebens fragst, hör mir zu, was ich dir sag. Der Sinn deines Lebens ist deinem Leben einen Sinn zu geben. Es gehört nicht viel dazu, denn deinen Weg, den gehst nur du. Es sind die Bilder deiner Seele, es sind die Bücher, die du schreibst. Oder die Träume deines Lebens, für die du gern am Leben bleibst. Weil wir die Hoffnung in uns tragen, haben wir im Leben oft gewonnen. Und auch wir keinen Einfluss haben, es ist die Zeit. Die Zeit läuft uns davon. Die Zeit läuft uns davon. Die Zeit läuft uns davon. Es sind die Bilder deiner Seele, es sind die Bücher, die du schreibst oder die Träume deines Lebens, für die du gern am Leben bleibst. Weil wir die Hoffnung in uns tragen, haben wir im Leben aufgewohlen, worauf wir keinen Einfluss haben, es ist die Zeit, die Zeit läuft uns davon, die Zeit läuft uns davon. Dankeschön. Auch sowas muss mal gesagt werden. Jawohl. Okay, da das akustisch so schön klappt, bleiben wir gleich dabei.